So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy XIII. Ich bin zwar wieder Euroboom36 und wir machen gleich hier den nächsten Kampf wie böse von uns. Und zwar müssen wir erstmal den hier besiegen. Angruuff! Einsatz-Refeal, aha. Modellverbesserung. Angruuff! Jetzt gehen alle auf den Wind, oder was? Angruuff! Angruuff! Dann komm schon, du müsstest doch gleich tot sein hier. Vanille, 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 du überlebst das hier bitte. Hallo, könnt ihr mal aufhören, alle Vanille anzugreifen? Meine Herren. So, der ist auch schon mal weg vom Fenster. Angruuff! So, und der letzte im Runder. Angruuff! Oh, okay. So einer. Oh, Mann, ey, komm schon. Oh. 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 Nein, 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 nein. Satch, bitte. Dir keiner erlaubt drauf zu gehen. Angruuff! Oh, ein bisschen schneller vielleicht. Warte mal, intensive Heilung, das dauert ja ewig hier. Oh, du bist so her. Komm schon, komm schon. Ah, danke. So, komm schon, komm schon, komm schon. Hier, immer aufhauen. Angriff. Ruhig. Ey. Ach, nein, ey. Komm schon, Vanille, du hältst das duft aus jetzt hier. So, komm schon, der müsste es dann gleich tot sein jetzt hier. Meine Fresse. Stirb doch. Stirb. Gut. Nichts, Percy. Angriff. 4.930. Mission erfüllt. Zauberspiegel. Neuer Aussehen erhalten. Maschinenknacker. Das ist doch gut. Neue Daten erhalten. Inventar, Accessoires. Zauberspiegel. Angriffszauber plus 100. Analog Schaltkreis. Aha. Ja. Datenlog. Schriftfragmente. VI. Puls der Erhabene. Puls der Erhabene formte die Welt aus dem Chaos und Geobst, dass sie sich bis ins Unendliche ausdehnen müsse. Puls schuf die Falsie und trug ihnen auf, die Gestaltung der Welt zu vollenden. Der Falsie mühten sich, ihrem Gott zu gefallen und die Welt nach seinem Willen zu gestalten. Als Helfer bei ihrem Aufgaben schufen sie die Elsie. Die Menschen in ihrer Ehrenbietung benannten die Welt nach seinem heiligen Namen. Doch Puls der Erhabene kehrt dieser Welt, den Rückmund entschwand. Ein Pudding, ist das euer Ernst? Nö. Kein Bock. Oh, hier ist ein Item. Freizugänglich. Zwei Magister-Amulette. Ich hätte gerne mal einen Speicherpunkt. Was hältst du davon, mein liebes Spiel? Ah, ja, stimmt. Oh, jetzt sind wir schon so weit. Was haben wir denn hier? Ja, ich weiß schon, was wir da haben. Accessoires. Magister-Amulette. Nach Kategorie, bitte. Crystaletorium. Nein, nicht hier, bitte. Eistra. Brecher. Snow. Nein, 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 äh. So. Tidiger. Oh. Mehr TP. Yay. So, dann würde ich sagen, wir sperren sich ja mal ab. Und hören heute mal ein bisschen früher auf. So, einmal die Waffe von... Nein. Hier. Stufe 18. Yay. Und Stufe 19. Und Stufe 19. Psst, lohnt sich nicht. Okay. So. Ähm, Geschäfte. Oh, Ballistobrasa hat was Neues. Was hat er denn neu? Gladius. Äh, toll, den hab ich doch schon. Donnerruter. Klingenlanze. Und Parisane hab ich auch schon. Was hat er denn noch sonst noch so? Wir haben Patron, Patrons hatten was, auch was Neues. Ähm, Schweig hab ich auch schon. Auch schon alles. Moment. B&W, Leben und Überleben. Kaufen. Weigen. Armreif. Zauberspiegel. Okay. Mit Thierry Armreif. Jonnats Werkstatt. Das hab ich alles nicht. Oh, Stufe. Okay. So. Ähm, B&W, Leben und Verkaufen. Verkaufen. Spannend. Morland. Spannend. Wir sehen. Wandhalstuch. Okay. So. Und nun werde ich das Ganze natürlich abspeichern. Inventar. Accessoires. Nach Kategorie. Und einmal speichern. Wir sparen auf eine neue Spieldatei mal wieder. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hier wieder im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao.